Bonjour à l'aude. Merci, dass de Astrid Lulling TV um den Kanal guckt. Ihr könnt de Sendung auch dauernd op meiner Homepage www.astridlulling.lu gezien und lauschen. De Weekend vom 23 bis 25. März hat Europa sich selber gefeiert. Dat war gut so, weil wir haben trotz allem viel Ursachen. Das ist die Meeren, was wir an den letzten 50 Jahren fertig bräuchten und für an Europa Frieden und Wohlstand zu schaffen, auch weil viele von uns sich kritisch äußern oder ganz einfach nicht im Stand sind zu ermüßen, was sie eigentlich der europäischen Ähnung zu verdanken haben. Für zu viele, besonders für zu viele der Jugendlichen, das alles selbstverständlich überleucht, weil sie nicht wissen oder nicht wollen wissen, wo man ohne eins zusammenerbricht, an Europa drauf wäre. Sie müssten mal überlegen, was hier das Schicksal gewischt wäre oder aber auch wäre, weil man eins nur 1945 an einem dritten Weltkrieg Cap-Rim angeschlossen hätte. Wie dort meine Generationen, noch die von meinen Älteren von 1914 bis 30 bis 45 liefst. Da gäbe viele von ihnen schon vielleicht ein bisschen Gras von hinein gucken, weil so viele junge Lützebäuer, die zwischen 1920 und 1926 geboren waren, auch ich habe einen zwangsrekrutierten Bruder, der 1942 in Russland gefallen hat. Zu Lützebäuer haben wir den 23. März endlich ein Europahaus, mitten an der Stadt gekriegt. Am Freire schon geschäft gille ich, wo das Europäische Parlament und die Europäische Kommission für ihre Vertretung zu Lützebäuer, die bis dahin an den Millionen persönlichen Europa-Gebäuer um Kiesbäuer verstopft waren, in Heimfond. Das ist ein Open House, an das jeder in Raspatseieren, also informieren, dokumentieren und renseignieren kann, weil ich bei der Gelegenheit als Vertreterin vom Europäische Parlament wo der Greifen kommt, wo ich natürlich so, wie die da von mir gewinnt sind, das wunderbare Gelegenheit nicht verpasst, für Ormol nach ein paar unbequeme Wohrichten zu suchen. Das Resultat vom Referendum vom 10. Juli 2005 über den Verfassungsvertrag ist für Lützebäuer nicht glorreich, besonders nicht für den Röden Süden. Auch zu Schöflingen hat eine Majorität von den stimmberechtigten Lützebäuer beim Referendum nicht gestimmt. Der richtige Schock für mich, wo aber nicht mehr ich mich freuen muss, was man falsch gemacht hat oder unerlos hat, dass es zu diesem Resultat kommt. Eine Entdeut über das Referendum vom 10. Juli 2005, die er rauskommt, als wir da gingen, dass besonders die Jungen nicht so wichtig wissen, was die europäische Integration bräuchte. Dass gerade die Generationen, die als Zukunft durchstellen, als direkt drehen, das ist erschreckend. Ich darf hier, als ich denke, eigentlich nicht so richtig viel zu feiern, zu müssen, wenn wir die 50 Jahre lang gefeiert haben. Ich habe nicht ganz objektiv an argumentiert, Kritik. Aber wenn ich nicht an dieser Debatte über die Zukunft von Europa manifest mit Ignoranz und mit Ehefeierungen zu tun habe, dann muss ich sich bei Eis, wie auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, frohen über die neue Gadget, die Demokratiepartizipative stellen. Ich soe ja zum Dialog mit den Birgern, zu der Konsultation, auch über das Referendum. Aber das Feierzwinger, regelrechte Maskerat, was wir nicht fertigbringen und nicht fertigbeut tun, für uns zu informieren, aufzuklären, für den Fluch an das Unverständnis, um das europäische Projekt zu überbringen. Sicher als Europa kompliziert, zu kompliziert, dafür müssen wir seine Strukturen, sein Funktionement, die Birgern klären. Für das sie am Stand sind, sich ein Urteil zu bilden, nehmen dann, hat den Dialog einen Sinn, nehmen dann, dass sie nützlich sind. Mit dem Europahaus, mitten an der Staat, haben wir leider die Instrumente für das Vertrauen von diesen Birgern an Europa, ein Rimm zu gewinnen und zu verstärken. Es gibt Leute, die gesprochen haben, dass sie, dass sie den Nux bei den Trachtfeiern, sie nicht zwingen, zu helfen. Und dann ist es für die Beretschaft, sich zu informieren, zu verstärken. Die Beretschaft muss man verstärken, aber man muss sie nicht fertigbringen. Das heißt, es wird ja auch mal an den schönen Saal kommen, an dem neuen Europahaus zu Lützeburs, viel sich zu informieren und zu dialogieren. Ich hoffe, dass sie das machen. Es war auch eine gute Idee, dem Saal den Namen von unserem unvergesslichen, langjährigen, und dichtigen Außenminister Josef Bech zu gehen. Denn Herr Bech wird zu seiner Zeit nicht zu drehen auf der Plast publikum, auf der Plast publikum, mehr wird. Hier wäre mir diskret, aber dafür nicht mannereffikast. Wenn er überhaupt alle Begrüßungen, alle Kollagen von Ministern oder Staatssekretären, wo sie Besuch kriegen, wie will mediatisiert werden, da will das noch nicht erzählen, dass du noch bei ihren Gesprächen mehr rauskommst. Eins Bücher, die Jungen und die Männerjungen, die erwerden von eins kein Politik Spektakle. Sie erwerden, dass wir heim an Europa hier Probleme erstellen, an Lesen, ob es zwischen Erblich, Sicherheit, Wohlstand oder Lebensqualität handelt. Wenn ein Staat besser macht, wie auch in Europa gelingt, da das an all den Domänen, die ich gegen Europa an der Werde von Eis, dass wir dem europäischen Projekt auch dass wir den solide weiterbringen, weil das an ihrem Interesse als an Interessen vom Land, am Interesse von Frieden an Europa. Ich so nicht. Merci für den Läustren.